Jetzt sind wir da, am Anfang von der Metanoia und es ist irre, weil seine Landschaft so gigantisch ist, ich bin schon total gespannt, ein bisschen nervös natürlich auch, aber ich glaube, das wird es schon. Untertitelung. BR 2018 Roger, wie sieht es aus? Jetzt ist es fein kalt, ich spüre nichts zu sehen, ich hoffe, das Kugel. Wir sind jetzt auch richtig entschieden, schau mal hier hinten. Jetzt sieht es schon aus, jetzt stüttet die Chlorin oben runter, es gibt die Fehl, es macht unser Leben schwer. Wie lange nicht angehalten? Zwei Seilinge nur zum Stollenloch, oder? Das war ja super. Super. Zeit schnaufen, gut. Super. Wie schaut es aus? Gut schau es aus. 60 Meter auf der Zentralbahn. Aha. Aber das, was der Chef gemacht hat? Das war grosses Kino. Krank. Das war grosses Kino. Ich weiß nicht, ich möchte mich aber noch nach Hause wollen. Das war heftig. Das war heftig. Der Junge hat wirklich dick gezeigt. Der Junge hat wirklich dick gezeigt. Ja. Super. langer Tag. Und wie war es? Zum Glück mit Kletterfinken. Ich meine, ohne gibt es so ein paar Stellen, die sind gar nicht schön. Florian, ich wollte eigentlich noch ein bisschen, wo ich jetzt den Stand gemacht habe, ich wollte den Roger bis dort nachnehmen, weil vorher habe ich den Stand gefunden vom Chef. Der wäre viel besser. Aber schlecht zum Humor. Da habe ich gedacht, gehen wir ein bisschen weiter. Super Verschneidung habe ich. Und dann hat das eigentlich gereicht. Jetzt müssen wir zum Kleinen, oder? Ja, es passt doch an. Ja, ja. Hey. Hier sind wir. Good morning. Second last day of 2016. What a privilege. Es war richtig zackig. Schön. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft für den Chef. Für den Chef, hey. Zu Ehren von Chef. Ja. Hey. Das ist wirklich. The honor of Chef. Das war toll, Chef. Epic. Wow. Ich muss echt an sagen, Chef, du bist ein wilder Hund gewesen, hey. Leck mich ja. Und immer noch ein wilder Hund. Und es ist der Hammer gewesen, hey. Ja. Cool. Jetzt gehen wir runter. Okay. Ja. 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 Wie schaut's aus, Pustin? Schaut gut aus. Im Schlafsack. Im Schlafsack? Ja, die geschnallt haben es wie die Sau. Ah, der da. Roger, du, nach zwei Minuten abgelegen. Ja, ganz krass. Ja, wie der Gietlach, immer gut nach. Da kannst du eins, dann fünft zählen und dann macht es. Ja, das ist ja auch normal. Ich habe gedacht, das gibt es gar nicht. Da hast du mit Einmalge weg. Da bist du ein paar Mal geschubst. Nein, einigermaßen gut geschlafen. Oh klar, ich bin geweiht. Und ja, jetzt kochen wir und dann geht's los.